Hallo Leute, heute reden wir mal über diese Krankheit ADHS. Das ist eine Krankheit, die gehört in die Schüche rein. Und ich erkläre euch mal ein wenig über diese Krankheit, was diese Krankheit alles machen tut, um euch darüber etwas aufzuklären. Über diese Krankheit ADHS nennt sie sich die Fachsprache. Und diese Krankheit ist halt eben, wie soll man das sagen, also wir reden erstmal darüber, wie die Krankheit eigentlich erstet. So, diese Krankheit erstet eigentlich, wenn man geboren wird, erstet diese Krankheit eigentlich schon. Also sprich, wenn man geboren wird und man stellt dann manchmal nach zwei bis drei, vier Jahren fest, meistens in dem Kindesalter, ob derjenige diese Krankheit hat, sprich HDHS, ob der das hat oder nicht. Und das ganze Problem ist halt auch, diese Krankheit ist vererbbar, also diese Krankheit, so wie die Wissenschaftler das sagen tut, diese Krankheit ist auf jeden Fall vererbbar. Und jetzt sage ich noch, was diese Krankheit alles machen tut, sprich, mit dieser Krankheit ist das Kind sehr, sehr hyperaktiv und macht meist nur Blödsinn, hat Probleme mit Kontakten und sonstiges halt. Und die Kinder stellen sich meist sehr schnell fest, dass die durch die Krankheit über den Ausverseitern werde, zum Beispiel durch diese Hyperaktivität. Das heißt zum Beispiel, die sind sehr, sehr impulsiv, bei Kleinigkeiten schon, und noch dazu kommt, dass die sehr, sehr hyperaktiv sind, dass die ohne Ende zum Beispiel laufen können, teilweise durch diese Krankheit und die haben auf jeden Fall dadurch eine hypersychische Energie und die müssen die auf jeden Fall lernen abzubauen. Und deswegen haben die auch sehr, sehr oft Probleme in der Schule. In der Schule zum Beispiel können die sich so gut, nicht so gut auf ihr Blatt konzentrieren, fühlen eben das zu machen. Die lenken sich sehr leicht von anderen Sachen ab, sprich, die lenken sich sehr leicht von anderen Sachen ab, sprich, wie zum Beispiel von anderen Schülern, lassen die sehr leicht ablenken. Die sind sehr unruhig, wenn man jetzt nicht mit denen in eine Therapie geht. Und noch dazu kommt da eben, von das Gehirn an, es gibt ja so ein Hormon, das nennt sich ja Hypermie oder so, oder so ähnlich nennt sich das Hormon. Und bei gesunden Menschen ist ja normal, dass das Hormon eben gleichmäßig in das Gehirn, eben halt über ausgeschüttelt wird, das Hormon. Und bei dieser Trankheit halte ich das eben so, dass der Hormon eben ungleichmäßig in das Gehirn verteilt wird. Und das hat zur Ursache, dass die sehr, sehr hyperaktiv sind und dich zum Beispiel nicht so gut konzentrieren kann. Und dazu gibt es ja eine kleine Tablette, damit kann man das Ganze stimulieren. Diese Tablette macht eigentlich nur, weil die Tablette gehört ja zu das Täubungmittelmedikament. Sprich, wenn man das einnehmen tut, das ist so, ob dein Gehirn dann, sag ich mal, betäubt ist. Aber die wisshafte Sage, wenn man die Tablette einnehmen tut, das ist so ähnlich wie eine Brille. Man kann die Welt dann viel, viel klarer sehen. Aber ein Junge hat mal gesagt, dass der halt eben dann so wie ein Zombie reden tut, zum Beispiel, der sagt dann zu fast alles Ja oder, also zu fast alles Ja und Amen. Und das ist natürlich auch nicht die optimale Lösung und damit kann man die auch nicht optimal fördern. und deswegen ist das Problem, viele davon gehen in Förderschule, also viele werden von normaler Schule, obwohl die sehr, sehr begabt sind, in Förderschule rein, durch diese Krankheit halt. Also sehr, sehr viele kommen von normaler Schule, früher oder später aber in Förderschule und das wollen ja auch viele nicht, das will auch ich nicht. Und deswegen wäre auf jeden Fall gut, wenn man für die Krankheit ein passendes Medikament finden tut, was auf jeden Fall gut ist, was die Krankheit auf jeden Fall am besten komplett entfernen kann, würde ich mal so behaupten. Auf jeden Fall, es gibt zwei Therapieformen, die man für diese Krankheit einnehmen könnte, zum Beispiel die normale Therapie, mehr als Thysiologe und Betreuer, das Ganze zu lernen, das Ganze vernünftig zu klären und dann diejenige wieder ruhiger wird, auf einem normalen Level halt und die sofort zu hoch wird, sondern irgendwo hier ist. Und das Ganze ist die eine Therapie, die es gibt. Es gibt aber nur eine andere Therapie, die ist nach meiner Meinung nach sehr, sehr effektiver, die ist auf dem Bauerhof, mit vielen Tieren und das hat zur Wirkung, dass die ziemlich ruhig sind, von den Tieren her und die lernen da sehr viel, sehr, sehr viele positive Dinge, wie man miteinander umgeht halt, lernen die da sehr viel und die lernen da mit, also mit dieser Trankheit dann halt eben umzugehen und das finde ich auch sehr, sehr gut. Dass diese Therapie stufe geben tut und die läuft dann normalerweise acht Wochen, ich bin da, man muss da natürlich da einziehen für acht Wochen, man ist da von seiner Familie acht Wochen getrennt und da hat man da die Therapie für acht Wochen und das ist eigentlich in dem Rahmen her ganz gut. Es gibt aber auch, manchmal kann es auch verlängert werden, wenn man sieht, aha, derjenige will was erreichen, dann machen wir das Ganze etwas länger, in einem längeren Zeitraum, dass ich das Ganze sich noch besser regeln kann, weil acht Wochen ist ja eine kurze Zeit für das Ganze zu regeln und da diejenige halt eben lernt, das Ganze eben nicht bei Kleinigkeiten auszuraste, nicht mehr so extrem hyperaktiv ist und damit halt eben das Ganze über den Umgang auch miteinander, mit Menschen, mit Personen, das Ganze sich, also das Ganze, dass derjenige damit halt eben besser mit umgehen kann, um halt eben diese Trankheit ein wenig besser zu führen, würde ich mal so sagen. Auf jeden Fall, das war das Video über diese Trankheit hier und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die ja sehr gerne in die Kommentare stellen, ich werde auch alle Kommentare, so gut wie es geht, beantworten und wenn ihr noch irgendeinen Themenvorschlag habt, oder ihr wollt gerne ein Thema haben für irgendein Video, könnt ihr es gerne in die Kommentare gerne reinschreiben, dann nehme ich das Thema auch sehr gerne mit rein, wenn das passt, von meinem Kanal her und dann sage ich mal, wir sehen uns das nächste Mal, ihr könnt daumen hochgeben und kommentieren, wenn ihr wollt, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal Leute und haut rein! Bis dann! Bis dann! Vielen Dank.